Wenn wir schon einen guten Minister haben, dann sollen wir Versicherungen erheben. Denn als kleines Land brauchen wir Politiker, die ihnen gut vertreten, die respektieren von den anderen Ministerinnen, die bekannt sind, die ihre Pointe-de-Vue durchsetzen können. Und dafür werden kein Interesse vom Land für das Ministerische Mandat zu limitieren. Und dafür stimmen wir bei der CSV der 7. Juni. Und zwar gibt es keine Limiterung von den Ministerischen Mandaten.